Du hast keine Ahnung, was das ist. Azteken, Gold. Die heidnischen Götter haben das Gold mit einem schrecklichen Fluch belegt. Zehn Jahre haben wir gesucht. Jedes kleinste Stück haben wir gefunden, bis auf das. Hallo, Püppchen. Sie haben Elisabeth. Sie kommen an Bord der Schwarzen Perl. Wir müssen sie retten. Was schlägt er vor, wo wir anfangen? Jack Sparrow sprach von der Schwarzen Perle. Macht ihm ein Angebot, er könnte uns hinführen. Sie vergessen ihren Radon. Du bist ein Hufschnitt. Hol mich aus dieser Zelle, dann bringe ich dich zur Schwarzen Perle. Unter einem hübschen Mädchen. Aber ihr seid ein Pirat. Du hast etwas Wichtiges vergessen, mein Freund. Ich bin Captain Jack Sparrow. Die habe ich nicht verdient. Ihr habt es nicht mit gewöhnlichen Piraten zu tun. Mit wahnsinnigen, grausamen Piraten. Das ist gewiss. Sag lieb wohl. Lieb wohl. Es sind grausame Horden, die man nicht töten kann. Das Mundlicht deckt auf, was wir wirklich sind. Interessant. Wir sind alle verflucht. Ich glaube nicht mehr an Geistergeschichten. Ihr solltet aber an Geistergeschichten glauben, Miss Turner. Ihr seid mittendrin. Ihr erinnert euch doch an Captain Jack Sparrow. Tötet ihn. Ich werde dich lehren, was Schmerz bedeutet. Du magst schmerzen? Dann versuch's mal mit deinem Korsett. Da kommen sie. Fluch der Karibik. Die habe ich vielleicht verdient. Fluch der Karibik.